Wenn du ständig erschöpft bist, immer schlapp bist, müde bist abends von der Arbeit und du hast nicht körperlich gearbeitet, also du hast rein geistig gearbeitet, 10, 11, 12 Stunden und du bist ständig schlapp, ja, da kann es definitiv an der Ernährung liegen, ganz klar, dass du halt die falschen Lebensmittel zuführst. Lebensmittel zuführst, die deinen Körper Energie kosten, Energie rauben, also alles, was nicht artgerecht ist, wo versehen ist, mit allen möglichen Zusatzstoffen, die in der Natur nicht vorkommen, raubt dem Körper Energie, ja, ist eine Möglichkeit. Schlechter Schlaf, ja, ist auch eine Möglichkeit. Zu wenig Schlaf, ja, ist auch eine Möglichkeit. Zu wenig frische Luft, auch eine Möglichkeit. Zu wenig Vitamin D, auch eine Möglichkeit. Also es gibt super viele Möglichkeiten, warum man ständig erschöpft ist. Und es gibt aber auch ein Phänomen, was super spannend ist, was die meisten Menschen nicht auf dem Schirm haben. Das ist auch sozusagen ein sekundärer Effekt durch Stress. Aber durch Stress, der nicht mal spürbar ist. Das ist gar kein so bewusster Stress. Das ist super spannend. Und ihr fragt euch jetzt, was könnte das sein? Du hast ja alle schon aufgezählt. Natürlich auch Stress in Form von sozialen Stress, Berufsstress, extremer Stress, spürbarer Stress. Das ist damit gar nicht gemeint. All diese Faktoren klammern wir jetzt mal aus. Und jetzt folgendes. Das ist wissenschaftlich belegt. Das ist keine Erfindung von mir. Schaut mal. Die haben natürlich Studie betrieben mit Menschen, die nicht körperlich arbeiten. Die rein geistig arbeiten. Nur mit dem Hirn. Den ganzen Tag am Stuhl sitzen. Wir haben ja da relativ wenig mechanische Belastung. und kommen dann nach Hause abends, selbst nach acht oder neun Stunden sind völlig platt. Haben uns gut ernährt, haben gut geschlafen. Das funktioniert. Wir sind da richtig gut. Aber warum haben wir sowas? Warum sind wir dann schlapp? Es ist im Gehirnstrom nicht nachmessbar, dass hier irgendwelche Stoffe in Blut sind, die die Aussage treffen. Hey, du bist erschöpft. Das haben die schon getestet. Man kann testen. Das Gehirn kann acht, neun, zehn, elf, zwölf Stunden durchballern. Der Körper liegt brach, weil wir ihn nicht benutzen, weil wir nur sitzen. Und da sind keine Rückstände da. Die Rückstände kann man nachmessen, mit denen man körperlich arbeitet. Dann ist klar, dass der abends körperlich erschöpft ist. Aber die Menschen sitzen den ganzen Tag und tun nichts körperlich und sind trotzdem erschöpft. Und da kann man dann nachmessen. Die sitzen den ganzen Tag und haben trotzdem diese Marker im Blut, dass sie erschöpft sind. Was ist hier los? Was läuft hier schief? Ja, jetzt soll das wissen. Ja, man kommt, also wenn er es jetzt hört, sagt er, hey, stimmt. Hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und zwar, wenn wir arbeiten, sind wir natürlich meistens sehr fokussiert am Arbeiten. Wir sitzen am Rechner, unser Gehirn denkt, grübelt, macht und tut, sucht Lösungen. Auch wenn es angenehm ist. Nichtsdestotrotz ist da ein Grundstress da. Wir wollen ja natürlich das, was wir tun. Das ist auch dieser positive Stress. Dieses, ich will was erreichen, ich will das umsetzen, ist verbunden, dass der Körper eine andere Hormonsekretion hat, als wenn wir völlig entspannt in der Hängematte liegen. Das ist ein Riesenunterschied. Und dann sitzen wir vorm Rechner, die Augen sind ganz weit offen. Wir gucken auf den Rechner, sind natürlich völlig fokussiert und arbeiten daran. Jetzt erkennt der Leinschein in meinen Augen, dass natürlich das Gesicht, die Augenmuskeln, die müssen den ganzen Tag extrem viel Spannung aufbauen. Ja, weil die fokussieren. Die sind ja nicht ausgelegt, vor so einem kleinen Ding zu sitzen, immer da drauf zu klotzen. Wir haben ja normalerweise auch einen Panoramablick nach draußen. Welt 8, 9, 10 Stunden weg. Körperlich liegen wir brach, aber die Augen, das Gesicht, die Mimik, die sind angestrengt. Wir arbeiten fokussiert. Wir wollen unser Resultat haben. Wir wollen da ein gutes Ergebnis haben. Und wenn ihr da mal in den Körper reingeht, jetzt wird es spannend. Es sind nicht nur die Augen, sondern die gesamten Gesichtsmuskeln sind leicht angespannt. Dann müsst ihr mal fühlen, wenn ihr mal so sitzt und arbeitet, haltet einmal kurz an. Aber wenn du jetzt gerade zuguckst, haltet mal kurz an und fühl mal in deinen Körper rein, bist du gerade völlig entspannt oder hast du gerade Körperspannung? Ist deine Hand zum Beispiel angespannt? Ist dein Nacken angespannt? Ist dein Kinn angespannt? Ist hier oben. Die Stirn, seht ihr das? Das ist das Stirn angespannt. Wenn wir nachdenken, wenn wir grübeln. Wir fahren ein bisschen weiter rein in den Körper. Ist der Brustmuskel locker? Sind die Schultern locker? Der Nacken locker? Ist der Bauch locker? Was machen die Beine? Was machen die Fußzehen? Sind die entspannt? Ich glaube, ihr wisst schon, auf was ich raus will. Ihr werdet es jetzt schon merken. Selbst jetzt, wo ihr ganz normal mir zuhört, sind vielleicht da, hier und da, gewisse Muskelbespannung aufgebaut. Und ihr befindet euch jetzt gerade, hoffentlich eben nicht gerade bei der Arbeit, sondern ihr hört jetzt gerade diesen Podcast oder diesen Video, schaut ihr euch an. Jetzt müsst ihr euch mal überlegen, versetzt euch mal in die Lage, ihr seid jetzt im Geschäft. Oder versetzt euch in die Lage, ihr fahrt morgens mit dem Auto ins Büro. Jetzt müsst ihr mal in euch reinfühlen. Sind wir denn dann immer extrem entspannt? Stellt euch mal bitte entspannt vor. Also entspannt sehe ich vorhin, das Kind, schaut mal eine Katze, also wenn eine Katze in der Sonne liegt und die Katze kennt euch und ihr nehmt die Katze hoch, was passiert? Der Po hängt drunter, der Kopf hängt drunter, ist völlig entspannt, völlig relaxed. Deswegen sind Katzen in der Regel auch, ja, haben keine psychischen Erkrankungen, kein Burnout, haben keine Magengeschwüre. Das kriegen die in der Regel nicht. Auch in der Regel auch kein Haarausfall und kein Nachts ins Schlaf, das haben die alles nicht. Sind völlig entspannt. Jetzt frag du dich mal, wann warst du das letzte Mal so entspannt? Kannst du dich überhaupt noch so entspannen? Schaffst du es, bewusst dich zu entspannen? Gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie autogenes Training durch den Körper durchfahren, bewusst die Körperspannung rausnehmen. Oder das ist natürlich ein Training, wo man, das ist eine Muskelentspannung, erst Muskel anspannen, Fußzehen anspannen, dann locker lassen. Bade anspannen, dann locker lassen, ganz bewusst. Und das machen wir aber nicht. Jetzt musst du einfach mal überlegen, wenn du arbeitest, wie entspannt bist du eigentlich? Wenn du einen hohen Erwartungsdruck hast, wenn du eine hohe Forderung an deine Arbeit hast, wirst du zwangsläufig Körperspannung aufbauen. Sie hilft dir nicht wirklich. Diese Körperspannung hilft dir nicht, dein Resultat wird deswegen nicht besser, sondern du erschöpfst dich. Denn es ergibt natürlich eine körperliche Erschöpfung und dann auch eine geistige Erschöpfung. Es fällt uns alles etwas schwerer. Und jetzt bitte noch einmal kurz anhalten und jetzt setzt euch mal ganz normal hin. Wir machen jetzt mal nicht diese Sitzhaltung, wenn wir vor dem Rechner sitzen und wir lassen uns jetzt mal richtig fallen. Okay, so richtig schlapp. So Achtung, jetzt haben wir es so richtig zusammen. Jetzt fühlt mal deinen Körper rein, ob jetzt da irgendwo noch Spannung ist. Ist Spannung in den Händen? Lass mal die Finger ganz locker, ganz bewusst. Finger locker lassen, Finger locker lassen. Okay. Okay, Unterarme locker lassen. Schultern locker lassen. Augen locker lassen. Stirn locker lassen. Mund locker lassen. Jetzt fahren wir runter am ganzen Körper, auch im Körper. Oh, wir Spannung rausnehmen. Körperspannung runterfahren auf Null. Stellt euch vor, ihr seid eine Katze, ihr lebt in der Sonne, wie so ein leerer Strumpf. Okay? Habt ihr das Gefühl? Jetzt vergleicht mal dieses Gefühl, ob ihr dieses Gefühl bei der Arbeit habt. Nein, da habt ihr dieses Gefühl. Also so ist es jetzt ganz stark visualisiert aus. Ich muss diesen Auftrag fertig kriegen. Ich will hier perfekt abliefern. Ich muss hier unbedingt Erfolg haben. Das geht nicht. Ich brauche diesen Erfolg. Ich muss erfolgreich sein. Ich brauche das. Ja, das war jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber das müsste man überprüfen. Da gibt es ja auch den Spruch, die Angst sitzt mir im Nacken. Auch das betrifft viele Menschen. Die Angst, ich werde nicht fertig. Die Angst, meine Arbeit ist nicht wertvoll genug. Was machen wir automatisch? Natürlich geht dem Körper der Hormonwert nach oben in Form von Adrenalin. Und nur Adrenalin angedrückert geht Adrenalin nach oben, nach kommt Cortisol. Was macht Adrenalin? Höre die Muskelfaserspannung. Was passiert in den Adern? Da haben wir kleine Ringmuskeln. Der Blutdruck geht nach oben. Ist ja auch dann in einem aggressiven Zustand Blutdruck nach oben, dass alle Zellen versorgt werden, ist ja in Ordnung. Weil wir das ständig haben, den ganzen Tag, diese unbewusste Anspannung, die nicht unbedingt mal aus negativen Stress ausgelöst hat, sondern aus Erwartungshaltung, aus Forderung, aus unserem Perfektionismus raus. Ja. Dann kann das super erschöpfend sein. Da kannst du 8 Stunden, 9 Stunden, 10 Stunden arbeiten. Du hast deinen Muskeln nicht einmal belastet. Dein Körper hat nur auf dem Stuhl rumgelümmelt. Vielleicht sogar in einer ungesunden Haltung. Aber du hast trotzdem unterschwellig viele Muskelfasern im Körper angespannt. Schau mal. Der Ganze besteht ja bei den meisten Menschen mehr oder weniger aus Muskeln. Und wenn die Muskeln völlig entspannt sind, brauchen die dann Energie? Wenig. Aber wenn wir in dieser Spannung sind, ich übertreibe es nochmal, seht ihr nochmal, guck mal, was da passiert. Da spannt sich alles an, sämtliche Muskeln, bis in die tiefsten Muskelgruppen im Körper rein. Jetzt haben die alle auf einmal 10, 15, 20% mehr Spannung, wie sie normalerweise im entspannten Zustand haben. Dann habt ihr auf dem Stuhl gesessen und ihr habt schwer körperlich gearbeitet. Obwohl ihr den Körper nicht benutzt habt. Ihr habt keinen Mauer hochgezogen. Ihr habt keine Balken getragen. Ihr habt keine Schrauben reingedreht. Aber innerlich im Geist habt ihr schwer körperlich gearbeitet, habt dem Körper Signale gegeben, spann dich an, spann dich an, spann dich an, spann dich an. Sei aufmerksam. Pass auf, pass auf, pass auf. Genau das ist das, was dann viele Menschen extrem erschöpft, die da abends nach Hause kommen, völlig K.O. sind. Legen die sich 8 Stunden ins Bett, sind immer noch völlig K.O. Warum? Weil sie diese Körpersprang noch ins Bett mitnehmen. Weil der Hormonstatus immer noch im Alarmstatus ist. Und das muss nicht einmal negativ gewesen sein. Allein schon von der Forderung von uns, dass unsere Arbeit besonders gut ist. Allein schon von der Forderung, dass das, was wir machen, immer gut sein muss. Wenn der Perfektionist noch mit dabei ist, der Angst hat es auch noch mit dabei. Wow. Das war echt ein energetisches Problem. Ja, und jetzt überlegt mal, dazu kommt noch Folgendes. Dazu setzen wir einen noch oben drauf. Wir machen dann im abendlichen Bereich alles falsch, was das Thema Schlafvorbereitung anbetrifft. Wir rennen bei hellem Licht rum. Wir geben dem Körper keine Chance, dass Melatonin produziert, weil wir ständig aufs Handy gucken, weil wir einen Krimi noch angucken, weil wir noch diskutieren, uns Nachrichten anschauen. Dann essen wir noch zu viel, dann trinken wir noch zu spät noch Alkohol. Dann haben wir ein Schlafzimmer, was nicht ruhig ist. Wir haben eine schlechte Matratze. Wir haben das Handy im Zimmer. Der WLAN ist an. Es ist zu hell im Zimmer. Es ist zu laut im Zimmer. Das Klima ist beschissen im Zimmer. Das Zimmer ist nicht aufgeräumt. Das Schlafzimmer meine ich jetzt. Wir betreiben keinen Sport mehr. Wir gehen nicht mehr raus mehr an die frische Luft. Wir ernähren uns ganz bescheiden für nur Sachen zu dem Körper. Stressen, die im Körper überhaupt keine Vitalstoffe liefern. Jo, das ist super, GAU. Ja, Freunde, das ist super, GAU. Da könnt ihr dann Pillen einschmeißen, wie man will. Da können die Leute Pillen einschmeißen, wie es wollen. Das wird sich nicht verändern. Jetzt seht ihr mal, wie viele Baustellen wir haben, um das zu optimieren. Jetzt kommt noch eine spannende Nachricht. Ja, wir sind in der Lage, als Mensch, das zu ändern. Warum? Weil wir hier oben zwischen den Ohren einen Teil haben, das wir natürlich bewusst steuern können. Denn wir können ganz bewusst jetzt mal dafür sorgen, dass wir beim Arbeiten immer darauf achten, dass wir nicht zu viel Körperspannung aufbauen. Wir können beim Arbeiten darauf achten, dass wir uns jede Stunde zwei Minuten eine kleine Auszeit geben und über eine spezielle Antistressatmung die Stressspitzen runterfahren. Das kann man auch alle halbe Stunde machen. Es gibt wissenschaftliche Belege von Menschen, die arbeiten zehn Stunden durch, die ballern durch. Die haben einen schlechteren Output wie Menschen, die auch zehn Stunden arbeiten, aber in den zehn Stunden pro Stunde immer zehn Minuten Entspannungspause machen. Die haben einen viel höheren Output und die sind abends auch noch fit und haben dann auch noch Spaß im Leben. So, das war jetzt wieder super spannend, oder? Also ich finde das mega. Ich finde das super spannend, was wir alles bewusst verändern können, um unsere Leistungsfähigkeit, unsere Gesundheit positiv zu beeinflussen. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Du hast festgestellt, du hast immer ständig zu hohe Körperspannung. Du hast vielleicht auch festgestellt, hey, stimmt, ich müsste auch wieder raus in die frische Luft, ich müsste auch wieder einen Sport betreiben. Ich sollte auch mal wieder besser schlafen, meine Schlafqualität ist grottenschlecht. Ich bin immer ständig müde, ständig erschöpft. Ja, natürlich kommt es daher, weil ich ein bisschen zu viel Körperspannung habe, aber mein Essen ist auch nicht gut. Mein Tagesablauf ist nicht sauber strukturiert. Ich mache abends sehr viele Fehler, wenn es ums Thema geht, rechtzeitig ins Bett zu bekommen. Ich leide an einem Social Chat Lag. Ich leide an einem digitalen Chat Lag. Also ein ganzes Paket bringst du mit und sagst, Andreas, boah, das ist ein ganz schönes Paket. Wo fange ich jetzt am allerbesten an? Da gibt es einen Spezialisten und der hilft dir dabei. Ja, das bin ich. Und deswegen biete ich dir jetzt meine Hilfe an. Du kannst hergehen, kannst sagen, ich mache das alles selber. Ich bin groß und stark, ich kann große Feuer machen. Ich mache das alles selber. Da gibt es schlaue Asiaten, die haben Folgendes gesagt. Tu du das, was du kannst und lass dir an und lass tun, was sie können. Da kannst du viel Zeit sparen und vor allem viel Geld sparen. Denn da bekommst du genau die Information, die du brauchst. Da gibt es jemanden, der dir genau strategisch erklären kann, wie du am besten vorgehst. Und den kenne ich. Also guck mal, wenn du jetzt in die Shownotes reingehst, im Podcast findest du oder auch in den Videos findest du immer unten andreas-trienbacher.com und da kannst du reingehen und kannst deinen ersten Strategie-Beratungstermin buchen. Ja. Geh einfach rein, klick das Ding an, buch, dann hast du natürlich mit einem Mitarbeiter von mir, hast du dein Erstgespräch. Er klärt mit dir erstmal deinen Bedarf ab, welchen Bedarf hast du, was brauchst du und dann gucken wir, ob wir zusammenpassen. Und wenn wir zusammenpassen, dann hast du danach einen Termin mit mir. 60 bis 90 Minuten ein Vier-Augen-Gespräch. Du bist entweder bei mir in Karlsruhe oder wie 80% anderen meiner Coaches bist du über ganz Deutschland verteilt, in der Schweiz, in Österreich und wir machen ein Zoom-Call oder ein Google-Meet-Call und wir besprechen genau dein Vorhaben, deine Strategie, wie gehen wir bei dir strategisch vor, dass du die beste Version deiner selbst wirst. Ja. Und dann gibt's nicht, wir machen alles zusammen, sondern gucken wir erstmal, was hat Priorität. Was ist bei dir der Pain-Point Nummer 1? Und den Pain-Point Nummer 1 nehmen wir uns ganz nach vorne. Wir suchen nach der Urwurzel des Übels, wir schauen das, was dir dein Leben schwer macht. Und an dem arbeiten wir. Und dann arbeiten wir strukturiert an deiner Performance. Und dann wirst du transformiert, nicht nur körperlich, vergisst das, sondern die Kombination aus Körper und Geist. Es ist immer bei mir Körper und Geist. In die Kombination, die gehen wir zu zwei durch. Und dann wirst du innerhalb von einem halben Jahr, dreiviertelhalb bis zu einem Jahr arbeiten wir zusammen. Wirst du sagen, Andreas, Dankeschön. Jetzt bin ich Hans 2.0, Claudia 2.0, Thomas 2.0, Bettina 2.0, was auch immer. Denn um Erfolg zu haben, um eine Veränderung hervorzurufen, auch was die Fitness anbetrifft, brauchen wir immer auch eine Anpassung des Persönlichkeitsprofils. Und genau das ist die Arbeit. Das ist unsere Arbeit, unsere gemeinsame Arbeit. Allein kann ich es nicht. Wenn du jetzt glaubst, du kommst zu mir und du gibst in deine Hand und sagst, Andreas, mach mal. Vergiss es. Genau deswegen gibt es auch dieses erste Gespräch beim Mitarbeiter, weil es muss rausgefunden werden. Wie tickst du? Wie funktionierst du? Wenn du jemanden zu denen gehörst und sagst, hey, du hast die Verantwortung, mach mal, wird nicht funktionieren. Ich kann einen Teil deiner Verantwortung übernehmen, aber du musst selbst ins Tun kommen. Genau das wird herausgestellt. Wenn das passt, wenn wir zwei zusammenpassen, da kann ich dir jetzt schon eins garantieren, da wirst auch du in drei Monaten, vier Monaten sagt, Andreas, warum habe ich das nicht verdammt nochmal früher angefangen? Glaubst du nicht? Schau einfach mal ins Netz, google mal nach Andreas Drienbacher. Schau mal, was du da alles für tolle Berichte kriegst. Und wenn du jetzt glaubst, Andreas, ja, diese gefakten Bewertungen, ich habe nicht das Geld daran, Bewertungen zu faken. Würde mir auch niemals einfallen, sowas zu tun. Das sind echte Bewertungen. Ob das jetzt bei Google ist oder bei Trustpilot. Also, google mich. Google mich einfach. Sei neugierig. Guck nach mir, was ich liefere. YouTube findest du schon mal 2700 Videos. Die kosten dich gar nichts. Wenn du Zeit hast, kannst du sie alle angucken. Dann weißt du letztendlich dann irgendwann so viel wie ich. Du kannst auch Facebook durchstöbern seit 2000. Wow. Zehn? Ich habe keine Ahnung. Bin ich bei Facebook? Ich habe keine Ahnung, wie tausende Berichte ich geschrieben habe. Podcasts sind wir jetzt bei 300 noch mal was. Was gibt es noch? Instagram. 4000 Postings. LinkedIn. Keine Ahnung. Guck nach. Schau rein. Wenn du denkst, hey, was ist das für einer da? Was will der jetzt von mir? Hey, mich kann man echt googeln. Und ihr wisst ganz genau, Google lügt nicht. Nein, du kannst da nicht, da gibt es viele Menschen, die feiern dich. In meinem Fall feiern sie mich. Und deswegen schau da bitte rein, wenn du unsicher sein sollst. Und wenn du nicht unsicher bist, und wenn du jetzt weißt, dass dein Bauchgefühl dir sagt, hey, der hat recht, ich habe diesen Bedarf, dann geh verdammt noch mal und mach einen Termin aus. Auf was wartest du? Wie lange willst du es noch vor dir her schieben? Das wird nicht von alleine besser. Kannst du knicken. Hier, ich biete meine Hilfe an. Ich nehme dich gerne an der Hand, vorübergehend. Aber irgendwann musst du alleine wieder laufen. So, bis dahin. Alles Gute. Ganz viel Spaß, bei was immer du auch tust. Ich wünsche dir ganz viel Gesundheit, im Körper wie im Geiste. Dankeschön.